Heute vergleichen wir den Dynamit Böller C Neuheit 2012 von Pyroart mit einer NEM von 1,5g und einer wirklich extrem harten Wandung gegen den normalen Chinaböller C von Pyroart, welcher auch extrem hart ist nur dass der normale Chinaböller D ein Stückchen größer ist ja dann würde ich sagen zünden wir sie einfach mal und viel Spaß bei der Zündung zuerst der normale war schon ganz ordentlich noch besser und sogar mit Schnipselregen wie was es erinnert? Nein Ich habe mich nicht schon sehr gut vor allem schon mal